Die Schnurrerei ist vorbei. Seit Ende September 2023 können Windows 7 und 8 Lizenzkeys nicht mehr zum Upgraden oder zum Aktivieren nach einer Neuinstallation von Windows 10 und 11 verwendet werden. Microsoft hat dem Treiben nach sieben Jahren ein Ende gesetzt. Ab sofort benötigt es eine richtige Windows 10 oder 11 Lizenz, wenn man diese Betriebssysteme aktiviert nutzen will. Was aber geschieht mit Geräten, welche ursprünglich mit Windows 7 oder 8 ausgeliefert wurden, nun aber Windows 10 oder 11 draufläuft und das auch korrekt aktiviert ist? Nix. Diese Geräte bleiben aktiviert. Jedenfalls solange das Gerät einwandfrei läuft. Was ist aber, wenn eine wichtige Komponente des Computers kaputt geht, diese ersetzt werden und eine neue Installation von Windows 10 oder 11 erfolgen muss. Was dann? Genau das werde ich in diesem Video testen. Ich werde eine neue Installation von Windows 10 oder 11 an mehreren Geräten vornehmen. Jedes Gerät hat natürlich eine spezifische Eigenschaft. Ein Gerät mit ersetzter Hardware, ein Barebone Computer, ein Laptop, welcher den Lizenzschlüssel im BIOS hat und ein Gerät mit einem Lizenzaufkleber. Alle Installationen werde ich jeweils ohne Netzwerkverbindung durchführen. Und ich werde immer nur einen lokalen Account eröffnen. Also nie etwas mit einem Microsoft-Konto. Und ich installiere Windows immer auf einer komplett leeren SSD. Beginnen wir mal mit einem Acer Aspire 7750G. Die Maschine hat inzwischen gute 12 Jahre auf dem Buckel. Betrieben wurde hier ausschliesslich Windows 7. Das Gerät wurde nie auf Windows 10 abgedatet. Es ist ein Windows 7 Homeaufkleber mit dem entsprechenden Lizenz-Key vorhanden. In letzter Zeit habe ich das Gerät nur noch hier und da benutzt. Wie man aber sehen kann, ist Windows 7 aktiviert. Ich werde hier also mal die vorhandene Festplatte aus und eine leere SSD einbauen. Bei diesem Laptop will ich aber noch darauf hinweisen, dass sich der Windows 7 Lizenz-Key in der Registry befindet. Also auf der Festplatte. Da ich eine blanke SSD einbaue, wird diese also hinfällig. Hardwaremässig wurde übrigens, außer dem Datenträger, nie was geändert. Alles noch original. Auf eine Anleitung, wie man Windows 10 oder 11 installiert, werde ich jeweils verzichten. Dazu gibt es bereits genug Videos bei YouTube. Den vorhandenen Lizenz-Schlüssel gebe ich hier mal ein. Dann sollte Windows 10 Home installiert werden und eine Aktivierung später automatisch erfolgen. So war es jedenfalls noch bis vor kurzem. Wir werden also sehen. Lassen wir die Installation mal durchlaufen. Installation abgeschlossen. Hat alles einwandfrei geklappt. Gehen wir mal in die Einstellungen zu Update und Sicherheit und hier zum Punkt Aktivierung. Wie zu sehen ist, konnte Windows nicht oder besser gesagt noch nicht aktiviert werden. Kein Wunder, es fehlte bisher auch eine Netzwerkverbindung. Holen wir das mal nach und schliessen das LAN-Kabel an. Jetzt warten wir einen Moment und schauen, was passiert. Oha, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Windows ist aktiviert. Laptop Nummer 1 widerlegt also das besagte Abschalten der Aktivierungsmöglichkeit mit einem Windows 7 Key. Vielleicht nur Glück oder ein Glitch seitens Microsoft. Ok, dann testen wir noch ein anderes Gerät. Hier ein Toshiba Satellite L450. Der ist ungefähr 13 Jahre alt. War mal mit Windows 7 Home ausgestattet, aber ich nutze ihn schon seit geraumer Zeit mit einer Linux-Installation. Windows 7 Aufkleber ist aber immer noch vorhanden. Das heisst, auch hier würde sich der Key in der Registry, also auf der Festplatte befinden, welche ich ja gleich austauschen werde. Bei diesem Notebook habe ich einige Änderungen vorgenommen. Ich habe die CPU, einen Intel Celeron mit einem Intel Core Duo ausgetauscht. Ausserdem habe ich ein bisschen mehr Arbeitsspeicher reingeschmissen. Auch hier wieder dasselbe Spiel wie vorhin. Alte Platte raus, komplett bereinigte SSD rein. Einziger Unterschied bei der Installation. Ich gebe den Lizenzschlüssel beim Start nicht ein und wähle die Windows-Version manuell. Ist aber auch in diesem Fall Windows Home. Installation mit lokalem Account und ohne Netz durchgeführt. Gehen wir wieder in die Einstellungen zu Update und Sicherheit und schauen, was die Aktivierung sagt. Will natürlich wieder zuerst ans Netz. Ok, dann gewähren wir halt ein bisschen Internetzugriff. Und wie zu erwarten war, hat sich Windows nicht aktiviert. Kein Wunder, ich hatte ja auch keinen Lizenzschlüssel eingegeben. Holen wir das aber mal nach unter dem Punkt Product Key ändern. Hier gebe ich den Schlüssel vom Aufkleber ein und lasse diesen prüfen. Mit etwas Glück aktiviert sich das System danach. Nein, wir haben kein Glück. Die Aktivierung hat nicht geklappt. Es kommt die Meldung, dass kein gültiger Lizenzschlüssel vorhanden ist. Ok, damit steht es 1 zu 1. Noch als kleiner Hinweis. Ich habe die Installation anschliessen nochmal wiederholt und habe den Lizenzschlüssel gleich beim Start der Installation eingegeben. Am Ergebnis hat sich aber nichts geändert. Als nächstes versuchen wir mal eine Windows 11 Installation. Und zwar an diesem Toshiba Satellite L670. Alter ca. 12 Jahre. Auch das ist ein Gerät, welches ursprünglich mit Windows 7 daherkam. Hier habe ich aber vor längerer Zeit schon ein Upgrade auf Windows 10 gemacht. Der Lizenzschlüssel befindet sich wiederum in der Registry. Hardwaremässig ist alles noch original. Da der Laptop die Systemanforderungen für Windows 11 offiziell nicht erfüllt, muss ich eine Aufsetzung mit einem abgeänderten Installationsmedium vornehmen. Wie sowas gemacht wird, habe ich ja bereits in einem anderen Video gezeigt. Diese Installation wirkt sich aber nicht positiv oder negativ auf die Aktivierung aus. Auf die Eingabe des Keys beim Start der Installation werde ich wieder verzichten. Auch hier wird wieder ohne Aufbau einer Netzwerkverbindung gearbeitet. Und es wird nur ein lokaler Account eingerichtet. Was bei einer offiziellen Version von Windows 11 nicht vorgesehen wäre. Installation erfolgreich durchgeführt. Prüfen wir mal die Einstellungen. Hier befindet sich der Punkt Aktivierung nicht bei Update und Sicherheit, sondern unter System. Und wie immer war die Aktivierung noch nicht möglich, da kein Netz vorhanden war. Aber ich bin ja gnädig und schliesse das Kabel an. Und schon haben wir Internetzugriff. Einen Moment warten und… Windows 11 ist aktiviert. Ohne Eingabe des Lizenzschlüssels oder sonst etwas. Microsoft scheint sich die Geräte auch ohne ein Onlinekonto irgendwie gemerkt zu haben. Ist ja schön, fragt sich aber nur, was sich Microsoft sonst noch alles so merkt. Aber machen wir mal weiter. Nehmen wir mal ein jüngeres Gerät. Ein Lenovo T440s. Der ist nur circa 10 Jahre alt. Hardware ist noch original. Keine Änderungen vorgenommen. Im Gegensatz zu den vorher gezeigten Laptops gibt es hier keinen Lizenzaufkleber. Hier ist der Windows Pro Schlüssel im BIOS verankert. Das System müsste sich also nach der Neuinstallation automatisch reaktivieren. So war es jedenfalls bis vor der Upgradeaufhebung durch Microsoft. Wer meine Videos gesehen hat, hat das Notebook vielleicht wiedererkannt. Auf diesem hatte ich ja bereits Windows 11 installiert. Auch hier mache ich aber eine komplette Neuinstallation mit der aktuellsten Windows 11 Pro Version auf einer blanken SSD. Ebenfalls wieder mit einem modifizierten Installationsmedium. Die Installation habe ich wieder ohne Lizenzschlüssel gemacht. Es gibt ja keinen. Deswegen musste ich auch die Windows Version manuell auswählen. Systemaufsetzung abgeschlossen. Gehen wir also wieder mal in die Einstellungen und prüfen im Schnellverfahren die Aktivierung. Wir fügen dem Ganzen noch ein bisschen Netzwerk hinzu und warten gespannt auf das Ergebnis. Problemlos aktiviert. Den Schlüssel vom BIOS hat es anscheinend ohne zu meckern angenommen. Schön, schön, schön. Bei diesem Gerät hatte ich auch die größte Hoffnung. Als letztes Gerät nehme ich einen Mini-PC. Eine Zotek Z-Box. Ungefähr sieben Jahre alt. Das war eigentlich ein Barebone Mini-PC. Kam also ohne Arbeitsspeicher, ohne Datenräger und ohne Betriebssystem. Ich habe dann eine kleine SSD und 4 GB Arbeitsspeicher eingebaut. Und darauf LibreElect, also eine minimalistische Linux-Distro installiert. Seither dient das Gerät ausschliesslich als Medienplayer am Fernseher. Windows war hier noch nie drauf. Es ist kein Lizenzkleber vorhanden und auch kein Key im BIOS. Deswegen wähle ich hier wieder Ich habe gar keine Produkt-Key und wähle Windows 10 Home manuell aus. Gefühlte Ewigkeiten später ist Windows dann installiert. Ist eben nur ein Intel Celeron verbaut. Der ist ok, aber halt auch nicht der schnellste. Gehen wir wieder an die Aktivierungsprüfung und geben dem ganzen Netzwerk Zugriff. Wir sind geduldig und gespannt. What the f... Füllo? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Wieso zum Teufel hat sich das aktiviert? Da ist weder eine Lizenz im BIOS, noch habe ich einen Schlüssel eingegeben. Das Gerät hat auch noch nie die Möglichkeit gehabt, einen Handshake mit Microsoft zu machen. Ok, ich überprüfe hier noch kurz den hinterlegten Produktschlüssel mit dem Zepnet Keyfinder. Aber ja, das hier ist nur der generische Installationsschlüssel für Windows 10 Home und das Feld aus BIOS auslesen ist ausgegraut. Heisst also vom Gerät her kann der Lizenzschlüssel nicht kommen. Dass hier die Aktivierung geklappt hat, verstehe ich wirklich nicht. Ok, da die Aktivierung von Windows 10 Home unerwartet geklappt hat auf diesem Gerät, interessiert es mich natürlich, was passiert wenn ich Windows 10 Pro darauf installiere. Deswegen habe ich die Platte wieder bereinigt und spiele die Professional Version drauf. Gesagt, getan. Gehen wir mal wieder in die Einstellungen und schauen was die Aktivierung so macht. Auch wieder aktiviert. Ok, dass die Aktivierung bereits erfolgt ist, ist mein Fehler. Ich habe das Netzkabel während der Installation drangelassen und erst vor der Kontureröffnung abgezogen. Aber es kann nicht sein, dass auf diesem Gerät irgendwo ein Aktivierungsschlüssel für eine, geschweige denn für zwei Windows Editionen vorhanden ist. Auch hier prüfe ich natürlich noch kurz den Schlüssel mit dem Keyfinder Programm. Aber ja, auch hier ist es nur der generische Windows 10 Pro Schlüssel, welcher nicht zur Aktivierung genutzt werden kann. Unfassbar. Eigentlich unmöglich. Also repräsentativ für das Aktivierungsverfahren ist dieses Gerät sicher nicht. Bleibt mir also nur eins zu sagen. Danke Microsoft für die kostenlose Lizenz. Diesen aktivierten Computer werde ich umgehend mit meinem Microsoft Konto verbinden. Das mache ich, indem ich bei Aktivierung unter dem Punkt Microsoft Konto hinzufügen auf Konto hinzufügen klicke. Anschliessend meinen Benutzernamen und das Passwort meines Kontos eingebe und den Wechsel noch mit meinem momentanen PC-Kennwort, welches nicht vorhanden ist, bestätige. Und schon ist der Computer mit meinem Microsoft Account verbunden. Bei den Infos steht nun, Windows wurde durch eine digitale, mit ihrem Microsoft Konto verknüpfte Lizenz aktiviert. Jetzt mache ich noch die Gegenkontrolle mit meinem Login auf Microsoft.com. Gebe hier wieder meine Daten ein und dann sollte der soeben hinzugefügte Computer unter dem Punkt Geräte erscheinen. Und ja, das tut er auch. Sehr gut. Denn vielleicht kann ich diese Lizenz zu einem späteren Zeitpunkt noch gebrauchen. Bei diesem Mini-PC werde ich nämlich die alte SSD wieder installieren und ihn weiterhin als Medienplayer im Wohnzimmer verwenden. Apropos Microsoft Konto. Mal schauen, ob dies die Lösung für den Laptop sein könnte, welchen ich nicht aktiviert bekam. Hier habe ich nochmals eine Windows 10 Home Installation vorgenommen. Und wie zu erwarten war, hat die Aktivierung natürlich immer noch nicht geklappt. Was ich jetzt aber versuche, ist eine Reaktivierung über mein Microsoft Konto. Dazu klicke ich im Ordner Aktivierung auf Problembehandlung. Hier gibt es nun drei Möglichkeiten. Den Support zu kontaktieren, zum Store wechseln und eine neue Lizenz kaufen oder ich habe kürzlich die Hardware geändert. Und diesen Punkt wähle ich aus. Nun melde ich mich mit den Zugangsdaten meines Kontos an. Anschliessend erscheinen alle Geräte, welche ich mit meinem Konto verknüpft habe. Diesen Laptop konnte ich natürlich vorgängig nicht verknüpfen. Ich konnte ihn ja nicht aktivieren. Was ich jetzt aber simuliere, ist eine Reaktivierung, wenn zum Beispiel das Mainboard eines Computers defekt war und es ersetzt werden musste. Nehmen wir mal an, das erste Gerät hier war jener besagter Computer. Ist es natürlich nicht, ist einfach ein anderer Laptop, auf dem mal Windows 10 Home war, welchen ich vor dem Wechsel auf Linux mit meinem Konto verknüpft hatte. Ich wähle diesen aus und klicke auf Aktivieren. Und schwuppsdiwupps, Windows ist aktiviert. Aber Achtung, offiziell verfällt mit so einer Aktion die Aktivierung auf dem alten Gerät. Die Lizenz wandert vom alten auf den neuen Computer. Hier also kein unnötiges Aktivierungshopping betreiben. So, hätten wir auch dieses Notebook wieder aktiviert? Einziges Problem, dass man nun permanent mit dem Konto verbunden ist. Heißt, dass man sich beim Starten des Gerätes immer mit seinem Passwort oder einer festgelegten PIN anmelden muss. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Man kann im Nachhinein ein lokales Konto eröffnen. Dazu geht man bei den Einstellungen auf Konto und anschliessend auf Familie und andere Benutzer. Klickt auf Diesem PC eine andere Person hinzufügen. Dann auf Ich kenne die Anmeldeinformationen für diese Person nicht. Im nächsten Fenster auf Benutzer ohne Microsoft Konto hinzufügen. Danach legt man einen Benutzernamen fest. Das Kennwort lässt man leer, damit beim Starten des Computers die Anmeldung automatisch vonstatten geht. Nun wurde ein neues Konto hinzugefügt. Aber dies ist momentan nur ein Standard User Konto. Wir müssen noch den Kontotyp ändern. Und zwar von Standard Benutzer auf Administrator. Anschliessend melden wir uns über das Startmenü vom aktuellen Konto ab und steigen mit dem soeben erstellten Konto wieder ein. Dann durchläuft man nochmals das Anmeldeprozedere, aber anschliessend ist man als lokaler Benutzer angemeldet. Auch das Starten des Computers funktioniert jetzt ohne Passwort oder PIN. Die Erstellung eines lokalen Accounts würde ich bei einer Neuinstallation von Windows, welche mit einem Microsoft Konto reaktiviert werden musste, immer sofort vornehmen. Da persönliche Daten wie Dokumente, Bilder etc. nicht vom Online auf das neue lokale Konto übertragen werden würden. Und so arbeitet man von Anfang an auf einem cleanen Konto, auf dem die persönlichen Daten nach und nach aufgebaut werden können. Das Online Konto würde ich aber auf keinen Fall vom Computer entfernen, da sonst die Aktivierung des Gerätes wieder flöten geht. Einfach unangetastet auf dem PC belassen und von nun an mit dem lokalen Konto arbeiten. Was ist nun das Fazit des Ganzen? Also zu offiziellen Aussagen lasse ich mich nicht hinreissen. Dazu fehlen mir auch mit den durchgeführten Tests schlicht die Grundlagen. Ich kann nicht sagen, ob und nach welchen Kriterien Microsoft die alten Windows 7 und 8 Lizenzen noch genehmigt. Bei meinen Tests hat es manchmal funktioniert und manchmal eben nicht. Momentan, also Mitte bis Ende November 2023 scheinen die Chancen noch gut zu stehen, dass wenn man eine Neuinstallation von Windows 10 oder 11 bei einem Gerät vornimmt, welches bereits einmal von Windows 7 oder 8 abgedatet wurde, wieder funktioniert. Aber eben, bei Euch kann das Ergebnis vielleicht variieren. Microsoft kann natürlich jederzeit Anpassungen beim Aktivierungsservice vornehmen. Bei Systemen, die man mit neuen Hardwarekomponenten selbst zusammengestellt, wie auch bei älteren Geräten, bei denen man wichtige Teile wie Motherboard, CPU, BIOS Chip und dergleichen ausgetauscht hat, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass eine Aktivierung mit einem Windows 7 oder 8 Lizenz Key nicht funktioniert. Wieso bei meinem Barebone Mini-PC ohne Lizenz ohne nichts eine Aktivierung mit Windows Home und Pro geklappt hat, bleibt ein Mysterium. Einige Tipps und Tricks, welche unter Umständen helfen könnten, möchte ich trotzdem noch erwähnen. Punkt 1. Überprüft und kopiert den vorhandenen Lizenzschlüssel bei Geräten, welche von Windows 7 oder 8 auf 10 oder 11 migriert wurden, mit Hilfe eines Keyfinder-Programms. Dazu gibt es im Netz diverse Apps. Wenn bei einem solchen Programm nicht gerade ein generischer Key erscheint, kann der Produktschlüssel eventuell für eine Reaktivierung verwendet werden. 2. Sofern möglich immer einen neuen bzw. anderen Datenträger bei einer Installation verwenden. Dann hat man später immer noch die Möglichkeit, die alte Platte, auf welcher das Betriebssystem noch ordnungsgemäss funktioniert hat und aktiviert war, wieder einzubauen. 3. Wer sich nicht gerade mit Händen und Füssen gegen einen Microsoft-Account sträubt, verbindet seinen Rechner am besten rechtzeitig mit einem Online-Konto. Da stehen die Chancen am besten, dass sich ein Gerät nach einem Totalausfall oder nach Hardware-Änderungen wieder aktivieren lässt. Wenn ein Rechner den Eindruck macht, dass er demnächst den Geist aufgibt oder man im Begriff ist, ein altes aber migriertes Gerät zu entsorgen, würde ich auf jeden Fall eine vorherige oder rechtzeitige Koppelung mit einem Microsoft-Account empfehlen. Denn so hat man immer ein verfügbares Gerät mit Lizenz auf seinem Konto. Wie wir in der Schweiz sagen, nütz nüt, so schatz nüt. So, das wars jetzt aber von mir. Ich wünsche allen nur das Beste und hoffentlich bis demnächst mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.